Ah, hier ist der Garantie noch was Feines drin. Ah, na gut, 6 Dollar, Metallteile. So, da ist noch ein Katastrophenhilfepaket. Auch noch was, so. Mir ist Kümmer. Ah, die hatten wir auch schon durchgekuckt. Das war alles gut, okay. Dann können wir weiter. Mir ist... Da sowohl Jade als auch ich mit dem Virus infiziert sind, die Israelis... Dr. Kempten, Crane hier. Hören Sie mich. Holt noch die ganzen Waffen weg, ey. Ja, ich hab sie gefunden. Hä? Drin war doch eine Tasche. Kannst du den ganzen Literar holen. Hört noch mal zurück. Ne. Warte mal. Bis dann. Habe ich dafür noch Munition? Ne, sorry. Sonst hätte ich dir mal eine Pistole gegeben. Aber ich hab keine Munition dafür. Warte mal kurz. Da muss ich mal ganz kurz mal durchschauen. Ähm. 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 Ne, Moment. Das müssen ja eigentlich überall sein. Die müssten ja halt in der Basis sein. Ja. Die müssten eigentlich auch in der Hauptbasis sein. Ja, ja, klar. Das ist wohl im Karton. Ja. Ja. Wird gekrabbelt. Ja. Woll. Danke. Oh. Hihihi. Oh. Nicht gedacht, dass das so weit blowt. Oh. Ist ja doof. In den Arsch. In den Arsch, hallo. Hau doch mal ab. Hau doch ab, hab ich gesagt. Zick, zack. Leg dich doch mal hin und mach mal Pause, ey. Oh, jetzt hauen du das. Wird's mal drüber nachdecken können. Epa. Und das Stress. Und das sind die Patante Maria. Hallo. Jeder darf mal ran. Hau ab, Alter. Ah. Ip. Ich stinkt aus dem Maul. Hau ab. Ich brauche Energie. So, dann komm mal ran. Der hat Maulkulli, die alte. Hau ab. Zack. Jeder darf mal. Das ist ja ekelhaft, ey. Im fauligen Geruch da. Das ist die. Oh. Ja, das wäre genau das Richtige für Nordisch hier. Das langt ihm vollkommen, ne? Ekelhaft. Ekelhaft. Nix, nix. Was langt mir? Nix, nix. Alles gut. Wollen wir uns hier das unterteilen? Ja. Ja. Der sagt noch ja. Das ist doch vollkommen egal. Überall, wo ein Loch drin ist. Nein, okay, lassen wir das. Alter. Hallo, Zombie. Bitte fress mich. Ich habe Angst. Oh, siehste. Ich fall schon daneben. Du lebst ja noch. Das macht ja keinen Spaß. Also. Alter. Was ist hier los? Wie einfach daneben springt. Ekelhaft. Tag. Wie kann man uns so Notenkäse... Ja, das... Ich weiß es nicht. Was? Was? Hallo, wir rennen hier so. Er hat gesagt, lass mich in Ruhe. Das ist ja... Oh. Alter. Hau. Warum? Ich hau ihn mal ab, weil der... Der wird ein bisschen angenehm, Haini. Ich unfreundliche Person. Hau ab, jetzt habe ich gesagt. Zack, weg. Der wird langsam interessant, dieser... Was ist dieser... Der hier herrscht? Au. Was ist denn mit ihm? Der hat echt ein Aggressionsproblem, der hässliche da, ne? Ja, ich habe... Upsa. Ja, das war doch nicht so... Völler Alarm. Nee, ich bin sowieso gleich vorgegangen. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Wie viel frisst denn der? Ist der irgendwie ne Medi? Der hinten ist ne Medi vielleicht. Zack. Oh Gott. Wie willst du denn den platt machen? Na ja, hast du auch keine Chance. Was ist denn los? Was ist mit dir? Vielleicht berückst du dich erst mal. Okay, das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Ich muss weg. Ich habe einen Termin. Oh Gott. Das war auch keine gute Idee. Ich habe immer noch einen Termin. Ich habe immer noch einen Termin. Und ein kleiner Sunnywagen. Was ist denn mit ihm? Ja, keine Hitze hier. Ja klar, ich kriege noch eine Gestelle natürlich. Ne, ist mir zu doof hier. Das ist mir zu doof hier, Fräulein. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Entschuldigung. Da muss man hier hoch zum Basis. Hier ist ja gleich die Basis. Da muss ich es mal hoch. Ich habe nicht nur meine Waffen, weil er das kriegt. Meine Medi-Kids. Da kann ja jeder kommen mehr. Ach, da muss ich wieder hochkratzen. Au. Wir haben nicht geschaut, was er meint, wer er ist. Der Assi. Hallo. Summer. Das ist eine unfreundliche Person hier. Hallo. Ich habe hier gleich geschnitzelt, das ist er. Oh Gott. Sprengung. Oh Gott, um die Scheiße. Ah, eine Etage Tiefe. Okay. Wo war denn? Was war denn da? Hallo? Aber ob du verhindert bist? Was ist denn mit ihm? So. Weißt du, da hilfst du dem noch und dann haut er dir in die Fresse. Sprengung. Der Polizei-Gewehr. Geh von dem Auto runter, habe ich gesagt. Habe ich den mit? Datensicher. Volkram-Manage. Sprengung. Hallo. 184. Also. Ich bin ein blüzeige Gewehrsturm. Unfreundliche Person, ey. Was war denn das? Das gute Sturmgewehr. Wir haben Mollis, die nehmen wir mit. War hier irgendwo ein Händler? Nee, ne? Volkram, da war das Sturmgewehr. Das Volkram-Sturmgewehr. Lieber nicht der Händler, ne? Oh Gott. Warte mal mit. Okay. Nee. Ist hier ein Händler? Ein Händler? Hey du. Ist hier kein Händler? Das ist ein Moors. Na verdammt. Da muss ich das ja doch vertickern. Scheiße. Oh, ich eine andere Waffe. Scheiße im Dreck. Na komm hoch. Wo ist denn jetzt die Achtung? Hier ist was haben wir dabei. Oh Gott, was müssen wir denn hin? Bin ich irgendwo ein Händler? So. Edward Stonefalle. Oh, geil. Die Belohnung finden sie in ihrem Versteck. In einem Minder-Unterschlupf. Oder sie halten sie. Ist doch irgendwo ein Händler, oder? Hallo. Beschreck mich nicht. So. Kaufen. Ah, da gibt es natürlich jetzt wieder Level 13. Das war ja klar. Sicher. Sense. Doch, die war doch mal geil, die Sense. Ja. Dann 81. Zack. Ganz eisekalm. Hä? Ist denn der schon wieder hin? Ist. Ja. Hier ist der. Wo komme ich denn da hin? Völlig verwirrt hier. Guckst du so. Verkaufen, verkaufen. So, pass auf. Äh, verkaufen. Verkaufen. Panga Machete. Ne. Verkaffe. Eine Millimeterpistole können wir noch brauchen. Du, wir... Äh... Hat nichts gescheites, ne? Wie soll ich damit anfangen? Nirgends etwas Besseres. Nirgends etwas Besseres. Also noch bescheidener und ich kann gar nichts mehr machen hier. Ach, den Wurfhaken muss ich auch noch mit dem. Wintersturm. Alpha, okay. Wintersturm. Häftlingsgewehr. Ziel von Wintersturm. Versuche Argument. Ein Kugelhaken. Ziehen. Dominanz unterbeweicht. Kugeln werden Gegner töten, bevor die überhaupt... Ich merke das im Winter. Aber was soll der Geiz? Wenn sie mal ausprobieren, also was... So, Medikids brauche ich auf jeden Fall. So, Börder brauche ich auch nicht mehr mit. So. Verkaufen. Das weg. Alles, das weg. Alles, das weg. Alles, das weg. Alles. Aber sehr schön. Inventar. So. Wurfhaken. Wo kommt jetzt der Wurfhaken hin? Achso, den kann ich da hinpacken. UV-Lambeböller. Na komm. Dahin. Sturmgewehr. Da. So. Okay. Das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ja. Oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt. Das habe ich vergessen. Äh, was ist denn das? Oh, gut. Der Ellenbogenstöße fügt gleich beim ersten Einsatz Schaden. So aus dem Wettfeuer. Hüpp. Äh, verwenden sie Wurf- oder UV-Lampen. In Super-Corexperten. Sie können noch länger rennen und klettern. Oh, das ist wichtig. Noch länger rennen und klettern. Das ist gut. Ach. Hm. Ich weiß nicht. Das ist ein Kassel- und fährst in Reihen von heftigen Angriffen. Reihen von heftigen Angriffen. Oder Wolfsklaue. Entschuldigung, dann klären wir mal eine leise angemeldung. Simples Messer, wenn ich auch so... Ja, nee. Äh, fahr' wir noch mal täuschen. Dann ist ein vieles Stück Stahl, das schwere Wunden... Oh, pack'a Augen. Hm. So, zack. Komm her, dann. Ja, hab' ich verstanden. So. Ähm. Ich bin verwirrt. Tischmann, Tischmann, Bruder. Zack, zack. Sturmgewehr. Das, 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 das. Alle. 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 Ich kann nicht verkaufen, das ist sehr edelhaft. Alle. Okay. Ich hab' so viel Müll, den muss ich alles mal verkaufen, was da in der Tasche ist. Polizei, Polizei, Schaufel. Alle. 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 So, was hab' ich noch? Das, 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 das. Was lass' ich mal drin. Mich egal. So, pass auf. Das kriegst du noch den und den. Ne, eigentlich nicht, ne? So. Äh. Achso, die muss ich dann mal auch ausrüsten. Das würde jetzt mal Sinn machen. Blade Max. Ist denn du schon wieder? Hey, die wollte ich nicht. Ach, hör auf. Okay. Die ist ein bisschen laut, find ich. Na, doof. Das ist vielleicht doof, wenn die ein bisschen zu laut ist. Egal. Was willst du machen? Die Blade Max. Ah, die Blade Max. Ich weiß auch, es gut. Äh, da drüben. Hallo? Wo ist wein' da rüber? Oh. So, der, 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 da rüber. So, sehr gut. Was haben wir hier noch? Einen Franzosen und einen Kaffee. So. Ja, das gibt's doch nicht. Wom krieg ich mal eine gestallert? Das weh, ist schon nisch. Oh, bitteschön. Höh? Oh, da wird gekrabbelt. Ich hör' gerade zu sehen. Ah, da wird erstmal gekrabbelt. Sehr gut. Eine Messerle. Ein Bergerball und höh. Ja, sowohl. Hast du meinst, wie du mit mir redest? Hallo. Oh, das war knapp. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Aber sowas von. So, hier ist ne Base. Dann gucken wir doch mal hier. Jawohl. Soll ich Base mäßig reißen kann. Schneeblo. Hier ist doch. Hier ist doch wieder was. Geht vielleicht rein. Was sind denn? Chanua. Und so. Jetzt musst du erstmal drauf kommen, ne? Hallo. Hallo. So, hier musst du irgendwo. Muss ich hier runtergehen. Ist ja nicht hier. Bin hingefallen. Hallo. Da ist einiges drin da. Da ist eigentlich schon ein Haus. Das sind mindverse Pischte. Die stehen in die Fresse. So, was hier noch. Generatoren. See you later, Generator. Ach, wieder ein Spucker oder was? Der schläft. Der schläft, der Spucker. Aus. Krabbel, die Krabbel. Das kann gut sein, Frank. Sieh noch was. So, das heißt, wir brauchen noch. Irgendwo muss hier noch. Hier schläft noch einer. Ah, gottsprach, es wäre Licht. Noch ein paar Heini, die wir noch wegpräsen müssen. Sehr gerne. Hier liegt doch noch was. Hier liegt doch noch was versteckte. Nummer zwei. Hello. Die letzte muss ja auch noch. Hallo. Ist aber oben. Hier chillt noch einer. Ach, die ist tot. Alter. Oh, das ist auch schon wieder so derb, das Bild, ne? Alter. Krieg ja mal Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Gibt es denn diese Rumpfschrauben? Ja, schau mal an, Mutti. Wenn ich dich hacken kann. Die für Aufmerksamkeitsdefizit, ey. Wo ist sie denn? Eckstein, hallo. Hat er mich einfach runtergetreten, was er meint, wer er ist, ey. Jetzt zeig ich da oben an, jetzt zeig ich da wieder runter. Ich hörste doch. Wo ist sie denn? Ah! Ganz erschrocken, hier. Oh, zwei müssen noch sein. Ey, ich sehe gar keinen. Ich zeig hier unten an. Jetzt sind sie wieder unten. Ja? Was sind die Nasen denn? Jetzt zeigst du da unten an. Hallo? Komm doch rein. Hallo? Wo kommt der denn her? Nebel selbst! Hier soll noch einer dran sein. Hier einfach keiner mehr ist. Ja und? Gibt's doch nicht. Wo sind die denn? Ne, in einem Klo oder was? Ja, auf dem Klo hat sich keiner versteckt. Ne. Toll, ich hab nur zwei Schüsse. Jetzt mich rollen, ey. Ich hab aber wieder Pfeile. Komm mal hier rein. Jetzt zeig ich sie wieder oben an. Das ist doch echt... Was ist mit der? Komm mal! Hast du das? Völlige Verwirrung. Völlige Verwirrung. Da soll einer sein. Da werden sie das Arial. Ach nee. Sie müsste sie eigentlich... Sie müsste genau da stehen eigentlich. Ich hab' ne Idee im Moment. Oder auch noch nicht. Ich dachte, die würde jetzt hier noch irgendwo stehen. Kann man den immer wegschieben, ne? Die ist da drin? Die ist 100 pro da drin? Ja, die ist da drin. Soll ich sie da drum festgepackt, ja? Ja! Oh. Die ist nämlich reingelaufen. Jetzt ist rechts noch einer. Oh, stimmt ja sowieso nicht, weil das hier nämlich auch noch vor sich hin wackelt hier. Hä? Ah, geht doch. Freigepackt jetzt endlich. Ja, jetzt passt's. Alter. So ein Sheet-Kraum. So. So, war die Geh. War der noch Mutationen? Natürlich nicht, ja. Glücklich, ich würde hoffen. Wir haben einen Bluter. Oh Gott. Ich muss meine Waffen reparieren, sehe ich gerade. Na komm hoch, Moody. Na komm. Na komm, komm hoch. Ich war da oben im Blick. Hau ab. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ui. Hallo. Ich muss hier mal kurz. Oh bitteschön. Oh komm. Was ist das? Nein. Wo ist es hin? Happy jetzt doof. Wo ist es? Wolkettronix anfertigen. Komm, mach mal. Da sollen wir rüber? Okay. Medikit. Ja toll. Da sollen wir hin. Okay. Und wie kommen wir da? Wolkettronix. Wir leben da wurde getötet. Das sieht man nice aus. So, kann ich dich reparieren? Ja. Wo müssen wir hin? Hier hoch. Ne, wo soll ich denn hier hoch? Das geht ja nicht. Hallo. Handeln. Verkaufen. Hä, wie bist du da hochgekommen? Oh, das ist fein. Ach, hier lang. Junge, raffst du es nicht? Du sitzt da rein. Hä? Wahnsinn. Hallo. Grain, hier. Na, warte mal. Ich muss es mal gucken. Junge. Fertigkeiten. Keine Fertigkeiten. Und Haar und Hofe. Äh, lalalalala. Ja, nicht jede Freude. Ja, genau. Genau, Mafiosi. Das ist halt so. Das ist manchen Leuten einfach zu viel. So. Ist auch mal geschafft. Sehr schön. Wahnsinn. Händler. Hallo. Verkaufen. Alle. Alles. Alles. Kaufen. Erst ja nichts. Was will ich denn damit? Ach doch, warte. Den Scheiß kann ich kaufen. Maffi, hör auf jetzt. Krieg halt Angst. Hier sind Frauen und Kinder. Hallo. Ich hab's auch geschafft. Hi. 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 Sobald du wieder ans Tageslicht kommst. Jetzt, dass du wirklich so nicht hier bleibst. Sobald der Verstärker installiert ist, stell dein Funkgerät auf die richtige Frequenz ein, sodass dich jeder hören kann. Hoffen wir, dass es klappt. Ist er auf den Toaster eingeschlafen, oder? Oh, wird das schon wieder, wird das schon wieder ein Duschen hier? Egal. Was ist denn jetzt hier? Was gibt's denn hier? Hier komm ich natürlich wieder nicht hoch. Das ist mir wieder klar. Dann komm ich auch nicht hoch. So. Wie hast du denn, ich ließ? Ignoriert's einfach wieder. Was, was lese ich wieder nicht? Ich hab Punkte eingelöst. Ja, und jetzt? Also du hast Punkte eingelöst. Bei dir? Ich bin in der Brille. Ei hatten. Er zeigt das ja auch, er zeigt das ja auch nie an. Echt nicht? Nee. Also er zeigt das zwar hier, ich hab das beim OBS drin, aber er hat es nicht irgendwie für Sound. Achso, nee. Du hast dein Spiel drin, bis dann achtest du da hin. Was? Ach, das ist nicht auf deinem Chat, wenn du im Spiel bist. Nö. Wo soll ich denn? Nö. Ist mir doch egal. Das hab ich nicht gesagt. Ich hab nur gesagt, dass ich da nicht drauf achte. Das ist mir egal. Das hab ich nicht gesagt. So, dann mach ich noch da mal hoch. Die Glocken erklingen. Welcher soll's denn sein? Der da hinten oder der? Ich folge mal unauffällig. Moin. Servus. Alter, es sind ja nur noch 30.000 Kilometer. Ja, es ist glaube ich nicht mehr so viel. Ah, nee. Warte mal, ich hab ja noch einen Trick. Tschüssikowski! Auerhaft. Oh, nein, das war jetzt nicht der Trick. Der Trick ist Renn um dein Leben. Ja. Warum bin ich jetzt hier unten auf einmal? Ist das gut? Komm drauf an, aus der Sichtweise. Zombies ja. Okay. Okay.